Wie sollte sich Ihrer Meinung nach Kommunaltechnik bedienen lassen, damit sie flexibel einsetzbar ist und sich somit optimal für Sie auszahlt? Für uns ist die Antwort relativ einfach. Einfach. Stellen Sie sich vor, es ist Winter. Die Straßen sind vereist, Plätze und Gehwege sind mit Schnee bedeckt. Ihre Aufgabe ist es nun, die Wege freizuräumen und passierbar zu machen. Doch wäre es nicht praktisch, wenn man für die verschiedenen Aufgaben, wie Schneeräumen, Streuen oder auch Laub und Müll sammeln, nicht einen ganzen Fuhrpark bräuchte, sondern lediglich einige wenige Fahrzeuge oder sogar nur ein einziges? Das dachten wir uns auch. Daher haben wir innovative Systemlösungen entwickelt, die überaus benutzerfreundlich sind und auch unter schwersten Bedingungen reibungslos funktionieren. Ein Beispiel für unseren Innovationsgeist ist unsere patentierte Adapterplatte. Sie macht es Ihnen leicht, verschiedene Reinigungssysteme an Ihrem Fahrzeug anzubringen. Diese können dabei mit wenigen Handgriffen einfach an der Front des Fahrzeugs befestigt werden. Die von den Fahrzeugherstellern zertifizierte Adapterplatte sorgt für einen sicheren Halt unserer Frontbesen und Schneepflüge. Unsere Frontbesen bieten wir dabei in unterschiedlichen Ausführungen an. Je nach Wunsch- und Einsatzbereich mit Seiten- oder Mittelantrieb. Alle unsere Systeme lassen sich problemlos dank der Adapterplatte an den verschiedenen Fahrzeugtypen anbringen. Darüber hinaus entwickeln wir benutzerfreundliche Schneepflüge für unterschiedliche Anforderungen. Gerade oder als Keilvariante. Mit Zugfedern, mit Federklappen oder mit Drehgelenkklappen. Entweder zweiteilig oder seitlich klappbar. Und an unseren Produkten ist nicht nur einiges dran. Mit unseren Produkten haben Sie auch eine Menge drauf. Beispielsweise mit unseren Streuaufbauten. Dazu gehören verschiedene Streusysteme wie Aufsatzstreuer, Silostreuer, Bandsilostreuer, Walzenheck- oder Walzenkombistreuer und Teller-Hackanbaustreuer. Trotz unterschiedlicher Funktionsweise haben alle Systeme eines gemeinsam. Sie lassen sich unkompliziert an nahezu jedem Fahrzeugtyp anbringen. Für den Einsatz in den schneefreien Jahreszeiten haben wir spezielle Sonderaufbauten im Angebot. Aufbauten zum Sammeln und Transportieren von Restmüll, Kombiaufbauten für Häckselgut, Laub- und Strauchschnitt, sowie Kipperpritschen und Bordwanderhöhungen. Durch sie lässt sich beispielsweise das Fassungsvermögen Ihres Kommunalfahrzeugs deutlich erhöhen. Auf Wunsch entwickeln wir auch spezielle Vor-, Auf- und Anbauten passend für Ihre Anforderungen. Sie sehen also, dass wir einiges für Sie tun können. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und vertrauen Sie auf leistungsstarke Kommunaltechnik made in Germany. Made by K.I.F.